Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki-Late-Night. Ich versuche das Ganze mal zu einem geordneten Ende zu bringen. Ich würde vorschlagen, alle, die jetzt sich fragen, ich meine, dass... Ein Einhorn! Ich meine, dass Sascha nicht mehr alle Latten auf dem Zaun hat, das wissen unsere Hörer. Aber wenn ich jetzt noch denke, wer ist denn dieser Ole? Also wer Ole noch nicht kennt, googelt euch den Ole, versucht rauszufinden, was man über den Ole rausfinden kann. Ole, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Ja, bitte liebe Zuschauer, wollte ich schon sagen, Zuhörer, denkt bitte nicht, dass wir sie alle nicht mehr beisammen haben. Also wir sind auch ganz klein. Und ein Feuer! Ein Feuer! Christian! Aber denkt nicht, dass wir sie nicht mehr alle haben. Es ist ein Feuer, im Ernst! Und jetzt achtet bitte darauf, dass ihr die Kinder vom Bildschirm weggeschickt habt. Hier kommt Schoki-Banoki-Late-Night. Chao! Ja! Chao! Schoki-Banoki-Late-Dirat